Die letzten Tage habe ich so viele E-Mails bekommen von Menschen, die die Seelen-Schokoladen-Seminare total toll finden, gerne teilnehmen möchten, sich aber momentan leider keine 800 Euro leisten können. Wir Trainer wollen es aber jedem möglich machen, an unserem wundervollen Seminar teilzunehmen und die angewandte positive Psychologie zu erleben. Und hier kommt deine Chance, dieses Stipendium zu erhalten. Was kannst du uns im Gegenzug zur kostenfreien Ausbildung entgegenbringen? Das kann eine Unterstützung sein im Online-Marketing oder bei Videodrehs oder vielleicht liebst du es zu fotografieren, zu filmen. Vielleicht magst du total gerne die Organisation und Planung von Events oder Internetseiten zu designen. Vielleicht hast du jetzt schon eine Idee, einen Einfall, wie du uns unterstützen könntest, dann schreib mir einfach an kontakt-at-seelen-schokolade.com. Warum mache ich das? Als ich vor über fünf Jahren meine Mentorin kennenlernte, hatte ich auch nicht das Geld. Doch sie erkannte das Potenzial in mir und erzählte mir von ihrer Mentorin, die vor über 20 Jahren zu ihr sagte, ich bringe dir alles bei, was ich weiß, wenn du mir das Versprechen gibst, es an jemanden weiterzugeben, der es wert ist. Und genau ich war diese glückliche Person und nun möchte ich auch dir diese Chance geben. Wenn du der Meinung bist, dass es so etwas öfters in unserer Welt geben sollte, dann teile gerne dieses Video oder wie Gandhi es schon sagte, sei die Veränderung, die du dir wünschst in dieser Welt. Dir wünsche ich nun einen wunderschönen Tag und alles Liebe, eure Julia Kulela. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.